Gerade bei Rheuma sind Impfungen besonders wichtig. Impfungen sind bei Rheumapatienten besonders wichtig, aufgrund dessen, dass sie allein wegen der Rheumaerkrankung ein geschwächtes Immunsystem haben und somit infektanfälliger sind und zum anderen aufgrund der Therapie gegen die Rheumaerkrankung ebenfalls anfälliger für Infektionen sind. Und mit den Impfungen kann man erreichen, dass Infektionen vermieden werden oder die Verläufe milder sind. Wichtig ist der Zeitpunkt der Impfung. Man empfiehlt insbesondere, Impfungen durchführen zu lassen, wenn keine Krankheitsaktivität besteht, also der Rheumapatient in Remission ist. Weil dann kann man erwarten, dass das Impfansprechen zum einen besser ist und zum anderen kann man aber auch dann die Medikation kurzfristig pausieren, ohne einen Krankheitsschub zu riskieren. Und zum Beispiel bei MTX empfiehlt man, das MTX zwei Wochen vorher zu pausieren, um eine bessere Impfantwort zu bekommen. Was auch noch mal wichtig ist zu erwähnen, dass Impfungen kein Rheuma auslösen. Genau, und auch den Verlauf nicht verkomplizieren. Es wird insbesondere empfohlen, Rheuma-Patienten zu impfen, gemäß der STIKO-Empfehlung. Wichtige Impfungen bei Rheuma-Patienten sind insbesondere Impfungen mit Totimpfstoffen. Lebendimpfstoffe dürfen bei Patienten, die immunschwächend behandelt werden, nicht eingesetzt werden. Zu den Totimpfstoffen gehören Impfstoffe gegen verschiedene Viren, aber auch Bakterien. Zu den Viren gehören Grippeviren, also Influenzaviren, humanes Papillomavirus, HPV. Zudem aktuell die Covid-19-Impfung. Außerdem je nach Gefahr Hepatitis A und B-Impfung. Außerdem Meningokokken-Impfung und Impfung gegen Lungenentzündung, Pneumokokken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017